Meine Damen, meine Herren, willkommen zu einem erneuten epischen Seite an Seite CPU-Vergleich Intel vs. AMD 2018. Auf dem linken Bildschirm seht ihr den großartigen Intel Core i7 8700K 6-Kern Coffee Lake Prozessor und rechts die großartige AMD Ryzen 7 2700X 8-Kern Pinnacle-Ridge CPU. Beide sind derzeit Flaggschiff-Modelle der Mainstream-Lineup und die Preisgestaltung fällt sehr ähnlich, wenn nicht fast identisch aus. Um diesen Test so fair wie möglich zu halten, werden beide CPUs auf den Standard- bzw. Stock-Taktraten betrieben. Im Grunde genommen bekommen wir die sogenannte Out-of-the-Box-Leistung zu sehen. Außerdem paare ich die zwei Biester mit NVIDIAs leistungsstarker GTX 1080 TE Grafikkarte. Und bis auf Mainboard und CPU sind die zum Einsatz kommenden Komponenten beide Systeme identisch. Zuvor durfte ich Kritik ernten, dass ich die Tests nicht auf 27p durchgeführt habe, andere haben wiederum um 1440p Spiele-Tests geweten, da die meisten auf diese Auflösung setzen, so wurde mir gesagt. Aber wieso machen wir nicht einfach einen Kompromiss? 1080p maximale Grafikeinstellungen. Wie immer ein riesen Dankeschön an Acer fürs Bereitstellen dieser Monitore EV2750 und EV2780. Und nun, welche CPU ist für euch besser geeignet? Viel Spaß! Musik 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 Music Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.